Das Ganze hier sieht schon ziemlich final aus und damit K.O. Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Portal. Genau. Wir müssen mit dem Mikrofon gucken. Wir gehen jetzt hier mal durch und gucken. Ja, es sieht nämlich so aus, als sind wir wieder oben. Ja, ja, ja. Genau das dachte ich mir, das dachte ich mir schon. Dreckig ist auch noch. Oh. Da steht Wheatley drauf. Wheatley lässt irgendwelche... Bitte was? Ich verstehe es nicht ganz, was er genau macht, aber wir sind in einem neuen Teil angekommen. Die Unruhe. Das ist der letzte Teil. Ich weiß es nicht. Oh, schon so direkt episch. Mal gucken. Zum Teufel nochmal. Ihr seid Kästen auf Beinen. Es ist euer einziger Zweck, über Tasten zu laufen. Wie könnt ihr euch eurem einzigen Daseinszweck verweigern? Bringt uns da runter und ich gebe ihm ein Paradoxon. Heißer, heißer, kochend heiß. Okay, kälter, kälter, eiskalt. Du erfrierst gerade. Es ist kalt. Ganz, 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 ganz kalt. Nun drückst du endlich den Knopf. Tja, ich bin nicht schlauere KI als du. Zum Schreien komisch. Wir moxen hier seit zwölf Stunden rum und du hast es nicht geschafft. Am besten wir lachen uns tot. Du hast eine Stunde, ihn zu lösen. Ja. Oh, ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Da, da ist der Block. Müssen wir das machen jetzt, dieses Rätsel, damit er uns bemerkt? Oder? Ne. Ne, müssen wir nicht. Okay, wir werden hochgefahren. Oh, das sieht schon so richtig final aus. Ui. Boah, ich habe keine Ahnung, wie der Bosskampf geht. Portal 1 kannte ich ja wenigstens so halb. Und Portal 2 ist für mich 90% blind. Ja, ja. Einen wunderschönen guten Tag, Weedli. So sieht man sich wieder. Bitte was? Es ist paradox. Es gibt keine Antwort. Dort. Ich muss zurück in meinen Körper, sonst fliegt alles in die Luft. Äh, falsch. Ich sage falsch. Explosion steht unmittelbar bevor. Anlage sofort in das Regen. Das habe ich doch repariert. Warnung. Kritischer Reaktor. Kärntil. Da, repariert. Hey, wie schön, euch wiederzusehen. Ehrlich gesagt, ähm, wie es der Zufall will, fehlen mir gerade ein paar Testsubjekte. Ihr kommt also, wie gerufen. Dankeschön. Und los geht's. Dafür bin ich hier zum Testen. Dafür habe ich Portal 2 runtergeladen. Gekauft. Du wirst ja nicht, wie man sich in diesem Körper fühlt. Für 1,35 Euro beide Spiele oder 1,38 Euro. Sonst kriege ich so einen, so einen Suchen. Ich muss irgendwie darauf programmiert sein. Mag dich trotzdem nicht. Aber ich sage dir, wenn ich dann teste. Oh, Junge, Junge. Das ist vielleicht ein Feeling. Es ist wie eine Sucht. Ich muss testen. Immer so testen. Ach was. Das hat GLaDOS auch immer gemeint. Dass sie immer testen muss. Gut fand ich das ja nicht im ersten Teil. Aber mittlerweile sind wir ja schon gut befreundet mit GLaDi. Wir sind kurz vor Tod. Ich habe es gehört. Das ist viel besser, als du gemacht hast, GLaDOS. Das ist viel besser, als du gemacht hast, GLaDOS. Das ist nicht ganz einfach. Oh, ja. Gut gemacht. Das ist einmalig. Du bist extrem schlecht im Tests machen. Es ist gar nicht so einfach, neue Tests zu erstellen. Wieso löst du nicht einfach weiterhin diesen hier? Immer denselben. Und ich kann... Ich gucke dir dabei zu. Ja, das gefällt mir. Bitte. Los geht's. Mach's einfach nochmal. Und... Nichts. Na ja, ich habe es zumindest versucht. Okay, neue Tests. Neue Tests. Hier müssen doch noch irgendwo irgendwelche Tests sein. Ah, da sind sie. Tja, mein Paradoxon-Plan geht nicht auf. Ich habe es gemerkt. GLaDOS, was ist los mit dir? Ich brauche deine Hilfe. Wir werden alle sterben. Er wird uns zu Tode testen. Na, ich finde... Also... In Corona-Zeiten ist ja Testen was anderes. Aber... 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 Aber solche Tests... Will ich jetzt nicht unbedingt machen. Wir haben also eine Chance, ihn zu schützen. Let's go! Find's schade, dass man hier nicht diese... Diese Angst... Echt nicht? Ich habe das, glaube ich, ein bisschen sehr hoch. Ja, ja, aber... Aber ich will... Ich will in der Mitte so ein Ding haben. GLaDOS, das ist dein Test. Bitte, bitte... Sag mir... Ich habe keinen Würfel. Doch, hier! Aber wie komme ich da hoch? Gar nicht. Äh... Blau... Blau... Blau hier. Ach so, nee. Das drückt mich nach unten. Ja. So, hoch... Und... Hier rüber. Ähm. Vielleicht aber auch so. Okay, das ist ein bisschen weird mit diesen Mechanics. Ich kenne das halt alles nicht. Also doch, mittlerweile kenne ich es schon. Aber es ist halt ein bisschen... Complicated. Würde ich mal so ausdrücken. Vorsicht. Nicht rüberfallen. Fließen wir hier im Portal hin. Und der Block... Hier rein. Und dann sollte sich uns die Türe öffnen. Der Block geht hier oben durch. Wird hier hinten hochgeschossen. Und da ist ja der Knopf drunter. Gut gemacht. Ihr beiden ehrlich jetzt. Warum... Warum geht ihr zwei nicht schon weiter? Ich hole euch dann ein. Äh, ich hatte vor, weiter zu gehen. Ich will dich... Vernichten. Nöhehe. Ähm, eigentlich sind wir ja... Der Gute. Es gibt bisher keinen. Ich muss mich kurz ein Stückchen nach rechts schieben. Ihr seht sonst den Dings nicht mehr. Darauf komme ich später zurück. Okay. Dann kommen darauf später nochmal gerne zurück. Ähm, während wir uns jetzt um den nächsten Test kümmern, sehe ich das richtig. Wheatley Incorporated. Ich will dir helfen, aber ich kann nicht. Entschuldige. Du bist allein. Toll. Diesen Test habe ich selbst entworfen. Zusammengesetzt aus kleineren Tests, die hier so rumlagen. Hab sie zusammengeschustert. Es gibt Tasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Einfach sensationell. Ähm. Wheatley. Wheatley. Okay. Da. Falsche Taste. Soll vorkommen. War nicht so toll. Ja, gut. Also, Wheatley Laboratories. Zusammengesetzt aus kleineren Tests, die hier so rumlagen. Hab sie zusammengeschustert. Es gibt Tasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Einfach sensationell. Ähm. Hä, das geht gar nicht. Wenn ich das richtig sehe, ist das überhaupt nicht möglich. Rein. Logisch. Ja, Wheatley Laboratories. Zusammengesetzt aus kleineren Tests, die hier so rumlagen. Hab sie zusammengeschustert. Es gibt Tasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Einfach sensationell. Soll ich denn das machen? Wenn ich das unter... Egal, was ich mache. Ich kann kein Portal schießen. Ich kann einfach kein... Hä? Ich kann kein... ...zusammengesetzt aus kleineren Tests, die hier so rumlagen. Hab sie zusammengeschustert. Es gibt Tasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Einfach sensationell. Ah-ha. Ah-ha. Das wird safe nicht so gemacht. Okay, das dauert viel zu lange. Ich sag dir einfach, wie man die Tests löst, ja? Siehst du die Tasten da drüben? Geh da rüber auf... Ah-ha. Darum kann ich dem Tests nicht helfen. Ah. Ah. Egal. Löse es selbst. Du bist auf dich allein gestellt. Ah. Nein, 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 nein. Oh. Oh, ja. Gut gemacht. Studiert. Ich hab's. Wir mussten nur den Hebel ziehen. Was? Nein. Was hast du getan? He-he. Aber das... Dankeschön. Glaros, so will ich dich. Perfekt. Warum... Aber ich hab schon wieder Autofokus. Oh, das nervt mich total, dass dieser Autofokus bei der Kamera, wenn du ihn ausstellst, immer wieder angeht. Sobald du die Computer neu startest oder die Aufnahme. Testkammer 3. Ich hab einen abgeriegelten Bereich mit hunderten Testkammern entdeckt. Völlig ungenutzt und ohne Skelette. Ich hab ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. Skelette. Richtig. Ich hatte wohl doch einen Testvorrat. Puh, ha. Klaros. So wie eine Erinnerung. Und, los geht's. Ähm. Sei ehrlich, man merkt es gar nicht, oder? Habt das Recht zu schreien. Ich glaub, das war der größte Fail seit 2000. Der Testkammern ist begrenzt. Davon hatte ich keinen Vorrat. Ich komme, ich komme, noch nicht anfangen. Ich hab einen abgeriegelten Bereich mit hunderten Testkammern entdeckt. Ich hab ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. Ähm. Willkommen. Kommt das da hin? Mach mal schneller, Wheatley. Gehe. So wie eine Erinnerung. Und, los geht's. Sei ehrlich, man merkt es gar nicht, oder? So. Oh. I... I understand the problem. Ich komme mal gar nicht rüber. Also, doch. Komm ich schon. Doch, komme ich. Aber. Wie es dann da drüben bei der Gede, ich hab keine Ahnung. Das ist die perfekte Vorbereitung. Ähm. Der Knopf. Zusammen mit einem Block, der im Nichts landet. Ich hab eigentlich keine Ahnung. Orange. Orange. Nein. Das war der Falsche. Aber ich kann wieder hinschießen. Was? Das Portal. Ich brauch das hier. Oder hier. Okay, ich hab den Kubus. Wir müssen das jetzt ganz logisch angehen, Kubus. Perfekt. Yes. Warte. Äh. Der ist irgendwie weird. Warte mal. Nein. Nein, nein, nein. Nicht wieder rüberboosten. Komm ich da rein. Äh. Nein. Jetzt haben wir ein anderes Problem. Jetzt muss ich gucken, wie ich auf diese Höhe... Ich hätte von der Höhe kommen... Nee, hätte ich nicht. Doch, doch, doch. Warte mal, was? Ich weiß nicht, was ich schießen muss. Blau ein Stück nach vorne. Und dann da. Okay, das ist okay. Das ist nicht so schlimm. Ich komm da nicht hoch. No way. Ich muss erst selber da hoch. So. So. Ich muss hier hoch. Dann muss... ...da am Portal hin... ...und da am Portal hin. Nein. Da am Portal hin. Und dann muss ich... ...orange... ...hier hin. Oh, ich dachte, es gibt schon keine Ladesequenz. ...Weedley Laboratories. Haha. Ach Gott. Du suchst nach einem Ausweg? Ich auch. Und zwar, wie ich am besten jetzt was trinken kann. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Werde, ihr seht uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Und... Ciao. Bis dann, Leute. 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 Vielen Dank.